Eine Hyposensibilisierung, auch bekannt als Allergieimmuntherapie, ist die einzige Behandlungsform, mit der eine Allergie ursächlich behandelt werden kann. Das heißt, sie setzt direkt an der Ursache deiner Allergie dem Immunsystem an. Dabei wird das Immunsystem schrittweise an die die Allergie auslösenden Allergene gewöhnt. Somit können die Symptome gelindert werden und du brauchst weniger symptomlindernde Medikamente. Außerdem kann eine Hyposensibilisierung auch das Risiko auf ein Asthma oder weitere andere Allergien verringern. Eine Hyposensibilisierung kann bei Gräserallergien oder auch Pollenallergien, Haustaubmilbenallergien oder Allergien gegen Insektengifte durchgeführt werden. Für die Hyposensibilisierung kannst du entweder eine sich im Mund auflösende Tablette zu Hause einnehmen oder regelmäßig Spritzen oder Tropfen verwenden. Wusstest du, dass allein in Deutschland in den letzten drei Jahren mehr als eine Million Menschen eine Hyposensibilisierung durchgeführt haben? Vielleicht bist du ja auch bald dabei.